Hallo liebe Fans! Das vierte DTM-Rennwochenende steht vor der Tür, mein Heimrennen am Norisring und wir haben heute eine ganz besondere Challenge. Wir fahren mit zwei I3s, wie du gesagt hast, nach Norisring und am Ende der Challenge geht's und der, der am meisten Reichweite noch hat am Tacho, am Ende, wenn wir ankommen. Lass uns vielleicht nicht zu viel Gas geben, aber lass uns losfahren. Alles klar, bis gleich. Ich starte jetzt mit 226 Kilometer Reichweite. Also ich habe aktuell 220 Kilometer Reichweite. Jetzt geht's gleich los, dann heißt es einfach so effizient wie möglich fahren. Musik, Reichweite Kain 5, das macht ja natürlich, kostet natürlich, Elektropower. Angekommen am Norisring. Ja, bisschen länger als sonst, aber hat Spaß gemacht. Und, was sagt deine Reichweite? Sag ich nicht, sag du zuerst. 133. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich habe 121, obwohl ich am Ende 60 Kilometer geworden bin. Du hast ja gewonnen, ja. Perfekt, cool. Na dann, auf zum Rennenwochenende. Jetzt gehen wir mal richtig Gas wieder. Jetzt gehen wir Gas, ja.